Die How to Real Estate Webshow mit Hubert Plantag und Michael Meier, präsentiert von Crowdhouse. Grüeziwoll und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der How to Real Estate Webshow. Mein Name ist Michael Meier und wie immer auch hier ist der Crowdhouse CEO der Oberplantag. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir reden heute, wir gehen heute mal ein bisschen weg aus der Schweiz, in fernen Ost auf China. Ich freue mich sehr auf die Folge. Wir reden heute über den Fall Evergrande. Die How to Real Estate Webshow gibt es wie immer auf ALNA Podcast-Kanale und als Video auf YouTube. Robert, wir reden heute über den Fall Evergrande, den ich glaube, jeder, der eine Nachrichten liest oder hört oder schaut, in den letzten zwei Wochen mal zu Ohren bekommen hat. Für dich als jemand, der in der Immobilienbranche täglich tätig ist, ist das sicherlich etwas, was du mit Spanung verfolgt hast. Absolut, absolut. Absolut, absolut. Also, ehrlicherweise habe ich es eh nicht verfolgt wegen dem Aktienmarkt, weil da, wo die Nachrichten gekommen sind, ja doch ein bisschen einen Rückschlag kam für einen kurzen Moment. Und ja, China, Evergrande, wir haben schon in den letzten Jahren relativ viele Berichte gelesen über die Entwicklung des Immobilienmärktes in China, über tatsächliche Geisterstädte, die es dort gibt. Ähm, weil das ist nicht erst seit gestern, das ist jetzt eine Party, die jetzt schon relativ lange am Laufen ist und jetzt scheint sie ausgeschlossen zu sein, respektive, ähm, Und in letzter Zeit handelt, meiner Meinung nach, äh, die kronistische Partei extrem irrational, hat ja angefangen mit, äh, mutmasslichem Wegsperren von Jack Ma, äh, bis hin zu Sperren von kompletten Webseiten oder Verhaften von, 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 von chinesischen Musikern und Filmstars, äh, und, 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 und anderen Geschäftsmänner und, äh, Und mittlerweile weiss man nicht mehr, wo, auf, auf, was das da raus soll, oder, ähm, hat man irgendwie Kontrollen verloren und fängt an irrational zu handeln, äh, dort in der Führungsschicht, äh, ist Kalkül dahinter, man weiss es nicht, also es ist extrem schwierig. Ich möchte vielleicht schnell am Anfang sagen, was wir heute probieren in dieser Folge, also, wir haben gesagt, viele Leute haben darüber gelesen, aber wieso beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema, das ist natürlich auch, wenn die Kunden zu uns gekommen sind und gesagt haben, hoppala, da passiert etwas drohen, die Immobilien, ähm, was wird das mit der Schweiz machen, ähm, ist, äh, ist mein Investment in Gefahr, verständliche Fragen, verständliche Ängste. Wir werden das vielleicht am Anfang mal kurz ein bisschen einordnen, was das für eine Grösseordnung ist, ähm, der Vergleich, eben, du hast angesprochen, Immobilienmärkte in der Schweiz, die Entwicklung in China, vergleich vielleicht mit der Schweiz. Und am Schluss auch wirklich mal die Auswirkungen probieren, abzuschätzen, was bedeutet das für China intern und was, was hat das für extern, oder man hört auch immer wieder ein Mittelvergleich, das nimmt grösser an wie 2008, äh, vergleich Limon Brothers, was ist dran, was ist nicht dran. Jetzt vielleicht einfach mal zur Einordnung, weil wenn man sich mit den Zahlen beschäftigt, das ist einfach Wahnsinn. Also, Evergrande 280 Milliarden, Franken etwa 300 Milliarden Dollar Schulden, das ist zweimal die Staatsverschuldung der Schweiz, das ist ungefähr die Staatsverschuldung von Griechenland, das ist das Bruttoinlandprodukt von Finnland, einfach ein einziges Unternehmen. Ähm, da stellt man sich natürlich schon die Frage, was bedeutet eigentlich pleite sein, oder? Es gibt ja so einen schönen Spruch, der hier in meinen Sinn kommt, äh, Schuld ist der Bank, 10'000 Franken hast du ein Problem, Schuld ist der Bank, eine Million hat sie ein Problem. Ich glaube, das trifft da ganz gut zu. Ja, es ist der Wahnsinn, ja, es ist unglaublich, ähm, wenn man die Zahl sich mal durch den Kopf gelassen hat, man hat in der Schweiz ein jährliches Immobilien-Transaktionsvolumen von 30 Milliarden. Das sind also 10 Jahre Transaktionen in der Schweiz hin und her. Wir haben, glaube ich, ein Hypothekarvolumen von 1'000 Milliarden? Ja, ja. Auch wenn man das so in eine Relation setzt, ist es irgendwie nicht mehr so weit. Es ist gewaltig und die Frage ist, was passiert jetzt? Ja, das Unternehmen ist überall ein bisschen verzweigt, das Firmenkonglomerat. Also von der Herstellung, oder geplanten Herstellung von Elektroautos. Bis zu einem Fussballclub, Beteiligung an Banken, Technologieunternehmen und so weiter, ist dort ganz, ganz viel in diesem Topf und anscheinend auch ganz viele Grundstücke. Da müsste man sich halt fragen, was steht in der Bilanz gegenüber diesen 300 Milliarden Schulden. Und das mal genau auseinander. Eine andere Perspektive, eine andere Zahl. Für dich vielleicht als CEO, das Unternehmen hat 200'000 Mitarbeiter. Ich komme aus dem Fürstertum Liechtenstein. Das heisst, das ist knapp sechsmal die Bevölkerung von Liechtenstein. Ich würde mir so sagen, als CEO, wenn dort eine Weihnachtsfeierveranstaltung, ein langes Fond ist alle um die Ecke nicht mehr. Du willst eher eine Schweizer Grossstadt mieten. 200'000 Leute, nur allein bei diesem Unternehmen beschäftigt, nicht bei den Zulieferanten. 1,5 Millionen Chinesen, die auf eine Wohnung warten, die bereits angezahlt haben. Und dann, oder, man redet ja schon, man kommt ja schon in die Richtung Schneeballsystem. Weil diese Firma hat eigentlich quasi alles auf Pump gemacht. Hat die Anzahlungen von Leuten genommen, um quasi eigentlich neue Projekte zu kommen. Und dann fragt man sich, okay, wie könnte es so weit kommen? Ganz einfach, der chinesische Staat sagt, okay, hoppala. Wir wollen in der Entwicklung auf dem Immobilienmarkt ein wenig die Luft rausnehmen. Erstens stark reguliert bei den Verschuldungsfaktoren, wie bei den Unternehmen. Wie viel darf man die Immobilien entwickeln? Verschuldet sind uns zwar stark. Oder grundsätzlich dort einmal die Hebel angezogen. Und das zweite, auch eine klare Ansage. Wohnungen sind da zum Wohnen und nicht zum Spekulieren. Ja, komisch eben, ich sage irrational. Jetzt kommt die kommunistische Partei heute und sagt, die Wohnungen sind da zum Wohnen und nicht zum Spekulieren. Und in den letzten 20 Jahren sind sie genau zum Spekulieren da gewesen. Also du hast doch in China, wenn du mit Chinesen redest oder wenn du das ein wenig beobachtest, die ganzen Berichte dort, ist der ganze Immobilienmarkt ein Witz. Okay, das ist ein absoluter Witz. Du baust Städte, Häuser, Quartiere, Siedlungen und du weisst, da wird nie jemand wohnen. Ja, du weisst es. Du kaufst es aber nur aus Spekulationsgedanken. Weil du sagst, ich kaufe es heute und du es in ein paar Jahren weiterverkaufst. Und der, der es in ein paar Jahren kauft, sagt sich ja, ich verkauf es wieder in ein paar Jahren weiter. Die klassische heisse Haaröpfel, die man am Schluss wieder hinterlässt. Ja, richtig. Und ich würde nicht sagen, Evergrande betreibt ein Schneeballsystem. Ich würde sagen, das ganze chinesische Immobiliensystem ist ein Schneeballsystem. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht bewusst hingenommen worden ist. Dass man das nicht gesehen hat, nicht gewusst hat. Das glaube ich einfach nicht. Darum sage ich auch irrational. Plötzlich will man den Stecker ziehen. Plötzlich will man Reformen, will man die Luft rausnehmen aus der Blase, die eigentlich selbst kreiert ist. Also ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist die chinesische Bauindustrie der Hauptwachstumstreiber der chinesischen Wirtschaft. Der ganze Immobiliensektor ist ein Viertel oder ein Drittel der ganzen Wirtschaftsleistung. Das heisst, das ganze chinesische Wirtschaftswunder beruht zum grossen Teil auf dieser Immobilienspekulation. Beruht auf Investitionen und nicht, wie wir es am besten kennen, auf Konsum. Korrekt. Es hat auch nichts mehr mit Angebot und Nachfrage zu. Du hast es mal hingestellt. Und jetzt ist es noch wichtig. Evergrande ist einer. Jetzt ist schon der zweite, der in den Zahlungsverzug kommt. Und das klingt für mich sehr stark nach Kettenreaktion. Und ich finde darum, aktuell würde ich keinen Rappen in die chinesische Wirtschaft investieren. Nein, wenn man sich das aber sagen will, der chinesische Staat hat sich jetzt schon ein kleines Dilemma hineinbuxiert. Weil auch auf der einen Seite die 1,5 Millionen Chinesen, das ist auch für China, die ein Milliardenvolk ist. Aber das sind nur die, die anzahlt haben, die wartet. Aber die sind wirklich hässig und von denen hat, natürlich rein von der politischen Sprengkraft, das ist sicherlich das mal auf der anderen Seite. Das heisst, denen muss man helfen. Was China aber sicher nicht will, ist quasi sagen, okay, easy peasy, 280 Milliarden, komm, wir übernehmen die Debatten. Dass quasi alle anderen Immobilienfirmen denken, ja, aber hallo, wir haben mir eigentlich auch geholfen. Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wo sie drin sind. Das ist noch witzig. Das sind 1,5 Millionen Chinesen bei Evergrande. Man weiss nicht, wie viel es kombiniert über alle Konzerne ist. Und das ist ja damals, wenn ich mich noch richtig mal erinnere, bei Liman genau der Issue gewesen, wo man Liman keinen lassen hat, weil man gesagt hat, es gibt einen Präzedenzfall und alle anderen Banken kommen dann auch und das können wir dann nicht mehr tragen. Komischerweise hat mir dann die anderen gerettet, die nicht. Aber ich weiss, dass damals das schon ein Thema gewesen ist und ich weiss nicht, wie China da aus dem Dilemma so einfach rauskommt. Meine Vermutung, also, dass sie quasi hier sagen, okay, wir übernehmen das, wir halten da über Wasser. Ich kann mir das nicht forschen. Ich glaube, das ist nicht... Ich glaube, dort, wo China in gewisser Massen ein bisschen ein Exempel statuieren will, was sie aber irgendwie... Ich glaube, sie probieren chirurgisch jetzt ihrer eigenen Bevölkerung wirklich zu helfen. Klar hat nur chinesische Interessen, das so oder so, klar. Ich glaube, alles, was vom Ausland noch an Evergrande dran hat, ist den Chinesen absolut wurscht. Völlig egal. Wenn man glauben darf, ist es aber nicht so viel. Ja. Es ist immer so, wenn man dem glauben darf. Das ist so, oder? Ja. Aber... Klar, man lässt... Wie gesagt, man lässt eigentlich, wurde probiert, die Luft aus dem Sektor eigentlich rauslassen. Und wie gesagt, es ist ein Drittel, ein Viertel der ganzen Wirtschaftsleistung von China steckt dort eigentlich drin. Also man muss sicher mal ein wenig hochrechnen, was das bedeutet. Nicht nur für die 200'000 Mitarbeiter, sondern auch für alle. Nein, für alle. Für alle. Ja, und stell dir ja vor, der Schockeffekt, den es schickt. Das heisst, es werden keine neue Wohnungen mehr gebaut in diesem Ausmass, es werden keine neue mehr gekauft. Es wird weniger, nicht null spekuliert. Also weisst du, der Rattenschwanz, der das mit sich nimmt, der ist gewaltig. Also weisst du, da denkst du jetzt an die eineinhalb Millionen. Ich sage dir, was ist mit all denen, die Evergrande Wohnungen gekauft haben, die abhängig sind von irgendwelchen Garantien, Mängelbehebung, Abnahme, weisst der Teufel was sonst noch, wie viele Leute da drin stecken, oder? Das ist riesig. Und eben, wenn der grösste jetzt kollabiert, der zweite, dritte folgt, da hast du Millionen Angestellte, Millionen Leute, die dort drin sind. Es ist gewaltig. Und das Ding ist, es ist, wenn du jetzt die letzten Jahre beobachtest, China, wie hat sich das entwickelt? Ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr, zwei, war die grosse Militärparade, die da durchmarschiert sind, die, ehrlicherweise, als westlicher Erdenbürger doch relativ einschüchternd war. Und sie haben gesehen, wie der chinesische Ruler da durch die Gassen marschiert mit Millionen von Soldaten. Und weisst du, was mir auffallte ist? Die letzten Jahre hat wieder die anti-amerikanische Propaganda und die ganze Kriegspropaganda und all das sehr stark zugenommen. Und warum machst du das? Weil du willst ablenken von anderen Problemen. Oder plötzlich sagst du, hey, schau, die Wirtschaft, ja, ja, das haben wir jetzt gemacht. Es ist nicht wichtig, es sind wir, es sind wir Chinesen. Schau, was wir für eine Militärmacht sind und schau mal die bösen Amerikaner. Und da gehst du wieder richtig Propaganda und stärkst den Militärapparat, um irgendwie ablenken zu können von diesen inneren Unruhen und Turbulenzen. Und ich habe das Gefühl, es läuft die Richtung, dass die Luft langsam draussen ist bei China. Also, ich habe gerade heute Morgen im Radio Anerkör, das ist ja nicht, Evergrande ist ein Thema. Sie haben auch ein riesiges Energieproblem momentan. Die Kohlepreise sind explodiert. Es sind Blackouts überall. Blackouts, wirklich, man messt das eigentlich quasi am Factory-Output. Der ist verhältnismässig wirklich tief. Also, das passiert einiges. Dort in China kommen wir zur Frage, oder der berühmte Satz in China ist ein Sack Reisumkeit, was bedeutet das eigentlich für uns? Das ist eigentlich die Frage, die kam. Okay, ja, droht uns jetzt quasi Lehman Brothers 2.0? Und ich glaube, da muss man schon ein wenig differenzieren. Es gibt da schon grosse Unterschiede. Vielleicht, wenn du dazu etwas sagen willst, was vielleicht anders steht im Vergleich zur Situation 2008. Ja, sehr gut. Also, dort haben wir ja in 2008 die Verknüpfung des globalen Finanzsystems mit Forderungen überall. Also, das ganze Bankensystem war dort extrem stark marode und in all diesen Papieren. Und wenn es stimmt, was gesagt wird, dass relativ wenig ausländisches Geld in den chinesischen Unternehmen und Immobilien drin ist, wenn das stimmt, ja, wird es wahrscheinlich doch einen Schockeffekt haben. Sicher auch Finanzmärkte, Korrekturen geben und, 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 und. Aber ich glaube nicht, dass es zu einer globalen Rezession führen kann wie damals. Es mag sein, dass es vielleicht eher ein Thema wird sein, das sich vielleicht ein wenig auf den asiatischen Raum beschränkt wird und dort wird grössere Wellen schlagen. Es wird sicher andere Turbulenzen geben wie Lieferketten, Verzögerungen, Bankrott bei Herstellern. Ich meine, da musst du dir vorstellen, sie produzieren ja alle in China und wenn dort Hersteller bankrott gehen und einer nach dem anderen und du findest keiner mehr, die das Zeug produziert, hast du plötzlich auch als Unternehmen in Europa das Problem. Wir haben das letzte Woche besprochen. China ist einfach der Fabrikant der Welt. Wir haben das letzte Woche besprochen mit den Autos, wo man einfach wirklich eine lange Wartezeit hat. Die Autos allein haben abgesagt. Hauptgrund, ja Corona okay. Aber Hauptgrund, weil einfach viele Autos sagen, viele Autos sagen, wir haben ganz andere Probleme. Die Welt ist ja heute extrem komplex. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich nur der Sack Reis in China ist und es interessiert auch keinen. Es wird sicher eine Bewegung geben. Jetzt auf unsere Ursprungsfrage, inwiefern ist das relevant für die Schweizer Immobilie? Da würde ich sagen, bis auf mögliche Zinsveränderungen, in welche Richtung das auch immer die gehen könnte, würde ich sagen, relativ irrelevant. Ein komplett anderer Markt bei uns. In einer der letzten Folgen haben wir gerade darüber gesprochen, dass der Lehrstand erstmals wieder gesunken ist. Man spricht heute wieder darüber, die LexColor weiter zu verschärfen. Also es geht bei uns eher in eine andere Richtung. Man hat sehr viele Spekulationssysteme in der Schweiz schon lange etabliert, weil vielleicht in China vielleicht wirklich fehlen Grundstückgewinne. Korrekt, korrekt. Und darum, ehrlicherweise, für mich, Immobilie in der Schweiz, auch jetzt mit drohenden Korrekturen an den Finanzmärkten, wenn das Ganze hier in China mal richtig ins Rolle kommt, immer noch einer der effektiv sichereren Werte dort draussen. Ich glaube, man muss zwei Fragen stellen. Erstens, und das hat man ja quasi UBS, also das erste, was man gemacht hat, ist mal UBS und Credit Suisse, quasi, ich würde mal auch sagen, als gebrannte Kinder einfach mal nachgefragt. Du äh, du äh, betrifft das und die Antwort war quasi, ähm, ja, also, sollten die komplett hopsig gehen, wäre jetzt nicht, wäre jetzt nicht absolut kritisch für uns. Nichtsdestotrotz sind sie nervös und das ist eigentlich völlig logisch, weil, wenn es vorher angesprochen. Evergrande ist nur der erste Dominostein in einem ganz, ganz maroden Immobilienmarkt, in einem maroden System, äh, und wenn ein Drittel der chinesischen Wirtschaftskraft einfach ins Stotter kommt, wird das die chinesische Wirtschaft merken, und wenn die chinesische Wirtschaft ins Stotter kommt, dann wird das auch ... ... den Rest der Welt irgendwann, für einen oder später in einer Form mitbekommen. Es sind sicher sonst, ähm, sonst fehlen Kredite, sonst irgendwo in der chinesischen Wirtschaft. Was für Ausmass das, Arnie, wird sich zeigen, wie gesagt, es ist auch komplett intransparent, wie du gesagt, wenn man dem glauben kann, man weiss, man sieht einfach in den Markt nicht rein, aber grundsätzlich ist das so, auch im Vergleich zu 2008, ein grosser Unterschied. China ist eine Planwirtschaft und ist immer noch als relativ abgeschottetes System, wohingegen bei der Lehman Brothers einfach wirklich alles verknüpft war, plus durch die strukturierten Produkte, die noch obendrauf gelegt wurden, sind auch nochmals ein riesiger Beschleuniger, oder quasi ein ... ... wie sagt man ... ... Brandbeschleuniger. ... Brandbeschleuniger, wirklich auch noch war. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber grundsätzlich, dass das Auswirkungen haben würde, die Nervosität spürt man sicher, gerade auch in der UBS, gerade auch bei der Credit Suisse, weil sie eben auch, vielleicht nicht direkt bei Evergrande, aber schon im asiatischen Markt einfach heftig investiert sind, weil das sind Wachstumsmärkte gewesen. Also von dem her, vielleicht muss man sich auch die Frage stellen, okay, Immobilien, was für Immobilien, den Unterschied zwischen direkt und indirekt, ich glaube, die, das ist eben so, wie wir immer sagen, die, die natürlich indirekte Produkte haben, die sind einfach an den Aktienmarkt gekoppelt. Das ist so, das hat man bei Corona gesehen. Die Immobilienfonds haben stark ausgewertet. Wenn jemand direkt investiert ist, werden die Auswirkungen wahrscheinlich, wie du gesagt hast, vielleicht Zinsen sind auch etwas, was ich vielleicht sehe, aber wenn man in einer festen Hypothek drin ist, muss auch das eben nicht gleich sein. Auch geringer. Und ich glaube, das chinesische Beispiel führt einem schön vor Augen, wenn die Leute in der Schweiz von einer Immobilienblase reden, wie weit weg, dass wir von einer wirklichen Immobilienblase sind. Ja, Preise sind gestiegen die letzten Jahre, das ist okay, wir haben mittlerweile eine Inflation. Aber eine Blase, wenn man das in China sieht, dann versteht man, was eine Blase ist, was nur noch um Spekulation geht. Und von dem sind wir so... nicht nur das, also das Volumen, also das ganze Volumen der ganzen Geschichte. Korrekt. Und von dem sind wir so etwas von weit weg, dass man eben, wenn man irgendwo im Bereich von direkten Immobilienbesitz investiert ist, kann man meiner Meinung nach relativ gut schlafen. Was ist deine Prognose, was der chinesische Staat machen würde jetzt in diesem Fall? Du, ich... Ich habe da ehrlich ein bisschen dazwischen, wieviel davon, dass es gewollt ist und wieviel davon, dass es wirklich Kontrollverlust ist. Und man probiert einfach nur noch. Ähm... Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr Kontrollverlust, als man zugeben will. Ich habe das Gefühl, die haben es nicht mehr im Griff. Und die Gemeinden gehen immer so weiter oder haben sich halt, wie es halt so ist, übernommen, oder? Der klassische Ika-Russeffekt. Ähm... Und es wird eine Korrektur geben, also... Ich glaube nicht, dass man das mit Eva Grandes... man kann es vielleicht... für einen Moment könnte man es auffangen, aber irgendwann kommt es führen. Also... Das kannst du nicht ewig lang unter den Teppich kehren und es werden andere kommen. Und nur schon die jetzigen News haben Auswirkungen gehabt. Ich glaube, der Markt ist nervös. Ähm... Ich glaube, es bleibt ehrlicherweise spannend. Ähm... Aber... einfach für mich... Ich habe... ehrlicherweise... meine Aktienpositionen... äh... stark runtergefahren. Ähm... Eben... möglichst geschaut, Exposure in chinesischen Märkten... auf Null zu setzen und... ähm... ehrlicherweise... neben dem Immobiliengeschäft einfach mal noch mal warten. Hm... Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Vielleicht zum Schluss... Kommunikativ, wie das von China behandelt wird. Ich meine, man sieht ja nicht in den erstens gar kein Chinesisch, zweitens... ähm... Thema... Auch wenn man dem traut, was so kleine China-Korrespondenten erzählen, sagen sie einfach... Also das Thema wird nicht komplett unter den Tisch gekehrt. Ähm... Weil das ist einfach zu gross, aber es wird doch... in den ausländischen Medien, glaube ich, deutlich in der Ziffer behandelt, als das in China. Also das sicher, plus das, was raussickert, ist wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert ist und noch passieren wird. Ähm... Ich habe... Ja, ich habe mal auch gelesen, so... Ich glaube, dass ich den, den Evergrande, ich habe den Namen vergessen, aber ich glaube, ich habe auch so den Artikel gelesen, der hat sich ein wenig verspekuliert darauf, wie der chinesische Staat reagiert. Also ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass sie halt einfach wirklich, gerade beim Leveraging, doch dermaßen an den Hebel ziehen. Ist so, ja. Also er hat ja darauf gesetzt, dass das noch eine Zeit lang weitergeht. Ähm... Und eben, solange er ja weiterhin hätte sich weiter refinanzieren mit weiteren Krediten und so weiter hat das ja eventuell noch ein wenig weiter funktioniert. Und darum sage ich irrational. Oder warum genau jetzt, warum noch mitten in der Pandemie, wo sie sonst schon angeschwächt sind, wenn sie es nicht zugeben oder nichts darüber schreiben. Aber es ist... Es ist... Es ist komisch. Was dir aber vor Augen führen, und das habe ich äusserst interessant gefunden, ist, hast du gewusst, warum Evergrande, mutmasslich, warum Evergrande ins Elektroauto-Business eingestiegen ist? Ähm... Weil es ist eine Vorgabe gewesen von der Partei, dass man ein neues Bauland nur an Firmen gibt, die im Elektroautobau drin sind, weil die kommunistische Partei hat vorgegeben, dass sie der grösste Elektroautomobilmarkt sein wollen. Und man munkelt, so gelesen, dass Evergrande, der Gründer und CEO, darum ins Elektroauto-Business ist, zum neues Bauland zu bekommen, sonst würden sie keine mehr bekommen, weil die Partei hätte sie sonst abgestraft. Und jetzt ist es noch witzig, irgendwie der Autokonzern, der hat anscheinend, wo es vor ein paar Jahren kam, alle Talente probiert, in Europa, Amerika abzuziehen oder Leute von allen grossen Autoherstellern, haben gesehen, wir machen eine völlig neue Strategie. Wir starten nicht mit einem Auto, wie irgendwie ein Tesla Roadster. Wir wollen, glaube ich, acht oder zwölf Autos gleichzeitig auf den Markt bringen, weil wir sind deutlich besser als die anderen. Und bis heute haben sie kein Auto produziert, das fährt. Ganz viele Prototypen. Und ich glaube, zeitweise, also bevor das jetzt losgegangen ist mit Evergrande, hatte der Konzern an der Börse mehr Wert als General Motors, Ford und nochmal einen zusammen. und sie haben noch nie ein Auto produziert. Es ist noch nie ein Auto von ihnen gefahren. Also einfach, zum dir mal vor Augen führen, zwei Sachen, die völlig krank sind in meinen Augen. Erstens als Immobilienkonzern musst du anfangen, Autos bauen, Elektroautos, damit du Bauland bekommst. Also, nicht normal. Und das Zweite ist, du hast eine Bewertung an einer Börse von zig Milliarden, obwohl du noch nie ein Auto hergestellt hast. Du hast noch nie eins verkauft. Und du hast ganz viele Konzepte und Ideen und Prototypen. Und das zeigt irgendwo die Perversion vom System auf. Zum Anschluss, ein Bauland ist ja noch... Also, vielleicht... Wenn man es anschaut, dann sieht es so, oh, da hat es jetzt eine böse Firma gegeben und der chinesische Staat. Der chinesische Staat sagt jetzt so, ja, also bitte, so geht es nicht. Aber man muss sich mal überlegen, wer verteilt denn überhaupt eigentlich das Bauland in? Wem gehört denn eigentlich das Bauland in die Kina? Also, Evergrande kann ja nichts bauen, wenn sie nicht ein Bauland herkommen. Und das Bauland gehört in die Kina einfach dem Staat. Es ist nicht Evergrande, der böse ist. Ich würde auch nie mit dem Finger auf die zeigen. Die haben nichts anderes gemacht als alle anderen. Sie sind nur die Grössten und wahrscheinlich waren es am aggressivsten drin. Und die Ersten. Aber am Schluss ist es ein System. Darum sage ich, man hat das System so kreiert. Man wollte das ja. Man wollte ja die Wirtschaft pushen. Man wollte Investitionen pushen. Man wollte die eigene Bevölkerung nicht in das Ausland investieren lassen. Was bleibt anderes übrig? Der Chines, wenn er Geld anlegen wollte, hätte in den meisten Fällen nur noch in inländische Immobilien anlegen können. Wenn der Chines heiratet wollte, also der männliche Chines, hat er keine Partnerin bekommen, wenn er keine Wohnung hatte. Das ist einfach in der Kultur verankert. Darum mit dem Finger auf Evergrande zeigen, finde ich nicht richtig. Es ist das ganze System, das dort korrumpiert ist. Danke vielmals, dass du Zeit genommen hast. Es war wirklich mega spannend. Danke, dass Sie zugelassen haben. Bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Danke. Die How to Real Estate Webshow gibt es jede Woche neu auf crowdhouse.ch slash YouTube oder als Podcast auf allen bekannten Podcastkanälen.